Oh, das blöde ist, ich kann die Schlüssel nicht mehr rausnehmen. Und ich habe keinen Schlüssel mehr. Was heißt, ich habe jetzt eigentlich keine Wahl, weil es steht auch nichts beim Feuermagier drin, wie man die Blitzviecher tötet. Äh, blub. Ja. Ihr dreht das Rad und der Vellantor bewegt sich zu bewegen. Ein Luftschuss schießt über euch hinweg. Aus der Luft bilden sich Gestalten, die entfernt an humanoide Wesen erinnern. Er kommt. Puss, puss. Ich warte. Erwischt! Ihr habt es umwandt. Ohne das Zepter der Luft kann man das Rad nicht noch weiter drehen. Okay. Er wird auf der ganzen Welt. Roll Lockheed. Ich habe was du bei dir wünschst. Mhm. Mhm. Hat es etwa weh getan. Okay, interessante Wendung Ich hab immer noch Keine Ahnung Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren Und ich habe kein Luftzepter erhalten Gut Das war das Falsche Ich wollte das Quicksave bitte laden Hm Ja, das Blöde ist, dass hier die Tisla spulen Auch noch Hier ist es einfach zu unheimlich Ich möchte hier weg Belegt sind Na komm her, du Waffenkopf für Flegel Okay Das war auch nicht der Sinn Laden wir nochmal, weil mir ist da jetzt zu viel Schleim drin Keine große Herausforderung Da ist auch kein Schlüssel, da ist auch keiner Nö Ist aber auch schon mal toll, dass nicht alle Magier Schlüssel haben Das war nicht der Grund her Atombene Das war nicht der Sinn, das ist ja nicht der Sinn ja geschichten des schattenteils hier ist auch nichts mehr drin und hier ist nur das im minst das reich ich habe nämlich bis jetzt so zwei türen aufbekommen die tür und die tür die restlichen sind alle verschlossen so Golems haben auch nix. Wie gesagt, die Dinger können mir auch nicht helfen. Nö, so geht das auch nicht auf. Und ich wette, das klappt auch nicht. Hm. Du hilfst uns auch nicht weiter, gell? Und steckt sie in die vier Öffnungen rings um den Käfig. Wenn ich frei bin, gehe ich meiner Wege. Und ihr kommt durch das Tor, um euch des Gefangenen anzunehmen, wenn ihr das immer noch wollt. Und es trägt auch keiner mehr einen Schlüssel im Inventory. Stecken des Zauberschlags. Magie durchdringen. Ich glaube nicht, dass das die Tür öffnen wird. Ja. Was immer ihr wünscht. Vielleicht können wir irgendwas resetten. Indem wir rausgehen. Ja, in bestimmten Gegenständen durchs Portal zu kommen. Ich meinte, ich wollte eigentlich hier raus. Und wieder rein. Hm. Wenn es das ist, was ihr wollt. Aber viel scheint das hier nicht verändert zu haben. Was steht denn noch mal in der Beschreibung? Das Teufelchen, auf das ich in diesem Stockwerk stoßen bin, hat gemeint, dass das ganze Stockwerk durch eine Art mächtigen Ventilator angetrieben wird. Es geht dazu, die verschiedenen Labors in diesem Stockwerk zu aktivieren. Ich frage mich, ob man den Ventilator noch für andere Zwecke einsetzen könnte. Das Teufelchen, auf das ich betroffen bin, hat gemeint, dass in diesem Stockwerk eins vier Elementaristen geherrscht haben. Jedem von ihnen stand ein eigenes Labor und eine Bibliothek zur Verfügung. Er meinte, die vier Elementaristen hätten beständig Pläne geschmiedet, einander zu töten. Und auf der Höchstung darüber geführt, wie man die beinahe unüberwindlichen Schöpfungen ihrer Feinde töten könnte. Wenn diese Kreaturen noch immer existieren, wäre ich wohl gut beraten, die Aufzeichnungen zu finden. Damit ich die ehemaligen Schoßhündchen vernichten kann. Ja. So. Machen wir erstmal das. Dadurch ist das immer noch verschlossen. Auch das ist immer noch verschlossen. Ich habe aber kein Luftzepter. Willkommen. Und es liegt auch nichts auf dem Boden rum. Fragt nur, nun gut. Ich meine, hier drin hat sich wahrscheinlich auch nichts getan. Nein, es war ein Gift. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Hm. Ne. also ja der ventilator treibt die labore an schön und gut ich bin mir noch nicht dabei türen öfter öffnen und es ist ja auch nicht gerade so dass ich durchs zuschließen der türen irgendwas aktiviert hätte hier oder was für neue schlüssel oder so macht es ist wahrscheinlich irgendwas triviales und ich habe gerade echt keine ahnung was es ist wisst ihr was ich mache mal kurz einen cut und gucke einfach mal nach bevor ich weiter durch die gegend irre das wird das beste sein also stoppe ich mal kurz bis gleich gleich